Wie verlinke ich Instagram mit Pinterest? Viele Benutzer verbinden gerne verschiedene virtuelle Netzwerke miteinander. Sich mit Menschen auf allen Plattformen verbinden zu können. Natürlich können Sie durch die Verwendung dieser Arbeit mehr Aufrufe für Ihre Pinterest-Posts gewinnen. Geben Sie dazu nun den Profilabschnitt ein. Klicken Sie oben rechts auf die drei Punkte. Geben Sie die Einstellungen ein. Klicken Sie auf diese Option. Jetzt sehen Sie hier die Instagram-Option, klicken Sie darauf. Geben Sie hier den Benutzernamen und das Passwort Ihres Instagram-Kontos ein. Klicken Sie auf die blaue Option. Bestätigen Sie in diesem Abschnitt Ihre Angaben und klicken Sie dann auf die blaue Option. Dadurch wird Ihr Instagram-Profil mit Ihrem Pinterest-Konto verknüpft. Wenn Sie Fragen haben, können Sie in den Kommentarbereich schreiben. Wenn Ihr Problem gelöst ist, liken Sie bitte das Video und abonnieren Sie den Kanal. Wenn Ihr Tipp baut, dann können Sie das Video und abonnieren Sie dann auf den Kanal. Wenn Sie das Video und abonnieren Sie darüber, wenn Sie das Video und abonnieren Sie den Kanal. Vielen Dank.